Herr Doktor, ich bin nicht gesund. So, wo fehlt es denn? Das weiß ich auch nicht. Sie wissen nicht, aber Sie sind krank. Krank? Glauben Sie mir, ich bin krank. Ich frage Sie nur, ich weiß es nicht. Aber Sie sind doch der Arzt. Haben Sie denn Schmerzen? Bis jetzt nicht, aber vielleicht kommt das noch. Unsinn. Essen Sie normal? Wenig, Herr Doktor. Ich esse sehr wenig. Das heißt, Sie haben keinen Appetit. Oh, doch. Ich esse zwar wenig, aber dann mit viel Appetit. Trinken Sie auch sehr wenig? Nein, Herr Doktor. Ich trinke sehr viel. Bier, Limonade und vor allem Wasser. Ich habe immer einen furchtbaren Durst. Interessant. Woher kommt wohl dieser Durst? Na ja, ich schwitze sehr viel. So. Und warum schwitzen Sie so viel? Ich, wissen Sie, ich laufe ständisch zum Arzt. Ich verstehe. Wo sind Sie versichert? Versichert? Ich, ich bin nicht versichert. Aha. Gut. Ich schicke Ihnen dann die Räschnung. Die Räschnung. Ach so, Jengzi, Herr Doktor, Arzt. Jetzt schwitze ist schon wieder. Ich, ich bin nicht versichert.